Danke! Das war echt geil. Fand ich super. Geile Welt. So viele Eindrücke. Das ist echt toll. Krass. Toll, lustige Klicke da. Ja. Was machen die jetzt ohne uns? Dort sitzen wir an. Ankunft im Labyrinth einer Stadt in der Nacht Um die Hoffnung verpflegt Auf ein bisschen Schlaf Sehnsuchtsvoll Hört man'n Blick über'm Blatt Und erschreift jenes Schild, was da lügt Vom Geborgenheit Ab im Club Noch'n paar Sounds spielen Jetzt hab' ich auch kurz zu tun Punkt Aber du bist ja ein guter Kommunikator Ich bin ja das komplette Gegenteil Es ist immer gut mit dir unterwegs zu sein, weil du kannst so Fragen stellen Ich bin ja auch immer wieder Jubel Ich bin aber wieder Hugel Hallo und schönen guten Abend Der war'n ganzen Tag hier unterwegs mit David Cross, der hier auch den Vorleser gedreht hat in Mainz Hey! 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 Hey, buddy. Das ist ein bisschen. Guck mal, ich steck hier! Guck mal, ich steck hier! Guck mal, ich steck hier! Tent oder mit dem Moped Oder schwarz mit der Bahn Immer bin ich dir irgendwie Hinterher gefahren Nein, damals Hab ich kein Konzert Von dir versäumt Und nachts konnte ich nicht schlafen Oder wenn, dann hab ich Von dir geträumt Du spielst Cello Jeden Tag In unserer Gegend Du saß immer in der Essenreine Und fand dich so erinnn Oh Cello Du warst eine Göttin für mich Und manchmal sagst du nicht Und ich dachte Mann, oh Mann Und dann war ich wieder völlig fertig Ta da 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 Ja, ich glaube, das was überlebt ist, da wir mit David unterwegs sind, dass er wenigstens irgendwas machen muss. Und es ist jetzt nicht so einfach, was unvorbereitet ist, aus dem Sinn zu zaubern und deswegen wollen wir trotzdem was probieren. Ich möchte gerne was von Shakespeare hören, weil er so eine abgefahrene Sprache hat, die ich zwar nur zur Hälfte verstehe, aber fühle. Und hab's mir im Auto gewünscht und er erzieht sich noch ein bisschen, deswegen ganz kräftigen Applaus für David Kreuz. Es wird sehr schwer, das zu toppen, aber es ist ein Gedicht, also eine Sonnet von Shakespeare. Und ich erkläre kurz, worum es geht. Es geht darum, dass es geht einem Jungen sehr schlecht und dann irgendwann denkt er an seine große Liebe, dann geht's ihm sehr gut. Und es werde ich freuen, wenn wir es vielleicht musikalisch ein bisschen unterlegen können. Okay. Wenn in disgrace with fortune in man's eyes I all alone weep in my outcast state and travel deaf heaven with my bootless cries and look upon myself and curse my fate wishing me like one more rich in hope featured like him like him with friends possessed desiring this man's art and that man's scope with what I most enjoy content at least getting these thoughts myself almost despising happily I think on thee and then my state like to the lark at break of day arising from sullen earth sings hymns at heaven's gates for thy sweet love remembered such wealth brings but then I so want to change my state with I have to thank you for that it was really a very nice evening we have everything told you what you can tell when you come together and you don't know and I am happy to not learn to have known that it was so fluffy the whole time the Auscanner have we called for us at the end because we really knew so much about the whole life and now we are here and we play a few songs and I say thank you Arte vielen dank dass wir das machen konnten durch die Nacht da wird Kors mit Clueso in Görlitz gelandet, gestrandet. Dankeschön, macht's gut. Dankeschön, tschüss. Alles was man sagt, an allem was man sagt, ist auch das Tag Ja, da kommt, egal wer geht, egal es kommt nicht darauf an Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren Zehnwechsel. Gleich konfrontiert uns der Spielfilm mit der Frage Vielen Dank. Vielen Dank.